Heute im Podcast, ich freue mich riesig, dass er da ist, André König. Er ist 35 Jahre alt, er kommt aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt aus Güstrow. Er macht seit 2015 hobbymäßig Videos und hat jetzt professionell angefangen im Mai 2018 als Vollzeit-Videograf. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hi André! Hi, Sven. So, fangen wir direkt an. Und wenn dich jemand fragt, auf einer Party oder so, sag mal André, was machst du eigentlich vom Beruf, was würdest du dem sagen? Genau, das fällt mir immer so schwer. Eigentlich sage ich, ich mache Filme. Also, dann erkläre ich mich, dass ich im Sommer eigentlich Hochzeiten mache und für die restliche Jahreszeit eigentlich Werbefilme. Also, eigentlich am Ende landet es bei Videograf oder Filme. Okay, cool. Videografie hast du angefangen vor drei Jahren und wie bist du dazu gekommen? Einfach so spontan gesagt, ich mache jetzt Videos? Oder hast du es auch mit, die meisten fangen immer mit Fotografie an? Naja, gar nicht immer so. Also, ich habe zwar auch immer so ein bisschen Fotos gemacht, da mein Vater das auch immer schon seit Jahren eigentlich macht. Habe ich das auch ab und zu mal gemacht, aber jetzt nicht so, dass ich sagen kann, dass das mein Hobby war so richtig. Es ist mehr daraus entstanden, dass ich, ich glaube, das war Sommer 2015, würde ich jetzt mal so sagen, mit Fußball aufhören musste. Das habe ich 25 Jahre gespielt und die Knochen, die konnten nicht mehr so richtig. Und da jede Fußballabteilung mittlerweile so eine Art Social Media Abteilung hat, habe ich mich so ein bisschen darum gekümmert. Und da das so ein kleiner Verein war, der sich nach außen ein bisschen besser präsentieren sollte, habe ich mal irgendwie kam mir meine Idee, so einen kleinen Werbefilm zu machen für den Verein. Nicht, dass ich den selber mache, sondern, dass das eigentlich jemand externes macht und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt, wie teuer das ist, wer das machen kann. Und das Thema hat mich aber dann irgendwie so angesteckt, dass ich mich selber irgendwie so tief da reingelesen habe und reingeyoutubed habe und wie auch immer, dass ich irgendwann mal angefangen habe, ein paar eigene Szenen zu filmen. Ich hatte selber eine A6000 von Sony und habe damit ein bisschen rumgespielt und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und die Resonanz bei den ersten Videos war eigentlich sehr, sehr gut, dass ich dieses Thema immer weiter reingezogen wurde, sage ich mal. Und dann nach einem halben Jahr ungefähr kam so ein kleiner Ausflug mit Freunden nach New York. Und da habe ich dann das erste Mal mich mal so richtig drauf konzentriert, Sachen zu filmen, so zu filmen, dass ich hinterher auch mal vernünftig schneiden kann. Dass ich mit meinem Halbwissen damals, was ich hatte, war das natürlich alles nicht so einfach. Aber es hat einfach Spaß gemacht, sage ich mal so. Und nachdem wir aus New York wieder kamen, ich das Video gedreht habe, hat das sehr, sehr positive Reaktionen hervorgerufen, womit ich nicht selber so rechnen konnte. Und danach, muss ich aber ehrlich sagen, war ein gutes Vierteljahr bis halbe Jahr, war ungefähr Pause, da habe ich eigentlich gar nicht gefilmt. Und das war so ein bisschen der Arbeit geschuldet, um die ich mich hauptsächlich eigentlich gekümmert habe, sage ich mal, neben der Familie. Ich bin ja Familienvater, habe zwei kleine Kids, bin verheiratet. Und da ist das dann mit einem Vollzeitjob und einem Haus, was wir haben, ist das alles nicht so einfach gewesen, da Zeit zu finden. Und dann kamen Freunde von uns, wollten mich verschenken, als Hochzeitsgeschenk sozusagen. Denen ist nichts Besseres eingefallen, als mich loszuschicken und einen Hochzeitsfilm von dem Paar drehzulassen, mit dem die befreundet sind. Und naja, ich habe mich eigentlich damals zwar schon so ein bisschen mal damit auseinandergesetzt, wie es wäre, Hochzeitsfilme zu machen, aber ganz sporadisch noch mal so drüber nachgedacht. Und das hatte ich wohl auch mal erwähnt, als ich mich mit den Freunden darüber unterhalten hatte irgendwie. Und naja, ich wurde dann sozusagen vorgeschickt, einen Hochzeitsfilm zu drehen von deren Freunde. Aber auch darauf war die Resonanz sehr, sehr positiv. Das Paar hat sich unter Tränen bedankt. Das kennen bestimmt viele Hochzeitsvideografen, sag ich mal. Ich kannte das nicht und war ziemlich erschrocken in dem Moment. A hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, also muss ich sagen, dieses Filmen. Und B hat am Ende das Paar sich total gefreut und habe zwar kein Geld damit verdient, aber es hat einfach total Spaß gemacht. Und wie der Zufall es will, ist so ein Monat später, hat mein Schwager geheiratet. Meine Frau hat dann gemeint, dann brauchen wir kein Geld geben, dann kannst du dir einen Hochzeitsfilm machen. Und dann habe ich in kurzer Zeit sozusagen meinen zweiten Hochzeitsfilm gedreht. Die Redaktion darauf war eigentlich im Prinzip genau die gleiche. Und da war ich ein bisschen infiziert, sag ich mal. So, dass ich aber trotzdem nie den Gedanken hatte, das Vollzeit zu machen. Hätte ja nie damit so gerechnet, dass man da mal eine Auslastung schafft, dass man davon leben kann. Ja, das war 2015. Nee, 16. Da waren wir schon in 2016. Ja, und dann war lange, lange Ruhe. Und ich habe mich dann aber ab dem Zeitpunkt, nachdem ich eine zweite Hochzeitsfilm gemacht habe, mehr mit den ganzen Themen auseinandergesetzt, habe mich viel belesen, viel YouTube. Ich habe bei den ganzen Podcasts, Interviews schon einige wiedererkannt, die ich auf YouTube auch mir angeschaut habe. Kamera Cave zum Beispiel. Einer davon, naja, ich glaube, die Klassiker, die kennt man alle. Da habe ich ganz viel mir irgendwie angeeignet. Und dann stand irgendwann mal im Raum, ob ich damit Geld verdienen will, nebenbei. Meine Frau hat mich da sehr unterstützt und habe dann halt auch damit angefangen, mehr Aufträge versucht zu bekommen. Und habe Messen besucht. Einer eigentlich nur. Das war im Januar 2017. Und dort konnte ich gleich vier, fünf Hochzeiten für mich gewinnen, sag ich mal, oder Paare gewinnen. Hatte ja auch nur als Referenz zwei Filme damals. Und das war gar nicht so einfach, aber ich konnte die Paare da voll überzeugen. Ja, und ab da ging es eigentlich los, damit Geld zu verdienen. Und bis ich mich dann halt im Mai 2018, im letzten Jahr sozusagen, da hatte ich dann Auslastungen von 15, 16 Hochzeiten. Und das hätte ich als Vollzeitjob, Familienvater und alles drum und dran, hätte ich das gar nicht wuppen können, nebenbei, sag ich mal. Und dann stand ich dann halt vor der Entscheidung, das Vollzeit zu machen oder jemanden anderen loszuschicken, meine Filme zu drehen oder zu schneiden. Und da ich das natürlich nicht machen wollte, ja, habe ich mich dann halt dazu entschieden, das Vollzeit zu machen. Und jetzt stehe ich hier. Ja, cool. Und mache Podcast mit dir. Ja, sehr cool. Finde ich mega cool. Klingt sehr interessant. Was würdest du denn, wenn ich jetzt jemand anderen fragen würde, oder sag mal, was machen denn Andres Videos so besonders? Was wird der mir antworten? Ich habe ein Riesenproblem, dass ich über meine Filme immer ganz schlecht reden kann. Ich bin nicht so der Typ, der sagt so, meine Filme sind toll, meine Filme sind, das macht genau das aus. Ich verweise immer so ein bisschen an die Paare, die sich das dann hinterher irgendwie angeschaut haben und das gut finden. Genau, was sagen die denn dazu? Was hat die denn so gesagt, das und das war gut? Also, ich versuche mich darauf zu konzentrieren, dass der Film im Prinzip den Tag widerspiegelt. Und das verpacke ich halt so gut wie möglich. Emotional und im Bild sollte es auch so gut wie möglich aussehen. Das Paar am Ende sagt eigentlich, dass sie nicht damit gerechnet haben, so meistens. Für sie ist es dann schon echt erstaunlich, wenn sie es sich selber dann mal sehen. Dann ist das natürlich alles noch ein bisschen emotionaler. Aber die Meinung ist oft halt die gleiche, dass der Film den Tag sehr gut widerspiegelt. Da bin ich mir jetzt schon sehr mit zufrieden. Dann, dass die Emotionen sehr gut eingefangen wurden. Dass sie, zum Beispiel, ich kann sowas ganz schlecht. Also, du merkst, ich kann sowas echt total schlecht. Ja, ist alles gut. Im Prinzip zusammenfassend eigentlich, sind emotional sehr, sehr berührt. Und der Film spiegelt einfach den Tag sehr gut wider. Das ist das, was die Paare meistens von sich geben, sage ich mal. Dass der Film sehr gut ist, dass sie damit wahnsinnig zufrieden sind. Wie gesagt, das sind das, was die Paare sagen. Ich selber sehe in meinem Film noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Es war okay, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht der schlechteste Filmer, würde ich mal so behaupten. Aber es gibt ganz viele, die das noch besser machen, natürlich. Und darauf konzentriere ich mich. Da versuche ich viel mir abzuschauen, viel zu lernen. Abschauen so einfach ist es irgendwie auch nicht. Weil es gibt viele, das habe ich jetzt mitbekommen, die sind wirklich wahnsinnig gut. Aber das würde nicht zu mir passen. Es gibt viele Filme, die trauen sich Sachen. Die würde ich mir zum Beispiel gar nicht trauen. Die passen einfach nicht zu mir und zu meinen Filmen. Oder ich würde es, glaube ich, nie machen. Ich finde es total toll. Es sieht total toll aus und wirkt auch wahnsinnig gut. Aber es ist jetzt nicht etwas, was unbedingt zu mir passt. Und ich glaube auch, dass die Paare, die mich jetzt so buchen, auch jetzt nicht die Paare sind, die das zum Beispiel buchen. Deswegen versuche ich immer nur das so ein bisschen rauszupicken, was zu mir passt einfach. Und so hoffe ich, dass ich mich über die nächsten Jahre auch weiterentwickeln werde. Das wären wir beim nächsten Thema, Weiterentwicklung. Warst du schon an Live-Workshops oder warst du jetzt nur YouTube und Bücher? Ja, das Problem ist so ein bisschen, ich wohne in Mekpomm. Da sind die Videografen rar gesät. Mir sind jetzt so vielleicht auch noch vier, fünf bekannt aus ganz Mekpomm. Und wir sind flächentechnisch sehr, sehr groß. Da ist es nicht so einfach. Worauf ich hinaus will, ist, ich denke, dass man, wenn man mit einem Videografen sich austauscht und sich in Gesprächen da vertieft, dann entwickelt man sich einfach schneller weiter. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Ich habe das Glück gehabt, vor, oh Gott, vor einem Dreivierteljahr oder einem Jahr fast, einen zweiten Videografen kennenzulernen auf so einem Netzwerktreffen. Und der hat, mit dem habe ich mich super verstanden, der hat mittlerweile, ich glaube, drei, viermal für mich gearbeitet. Einmal war er sogar für mich komplett los, weil wir da Zeitprobleme hatten. Das hat alles super geklappt. Der Austausch war, naja, der hat mich vorangebracht auf jeden Fall. Mehr als, ich sage mal, eine Stunde mit ihm im Austausch und mehr als fünf Stunden vor dem Computer da, um sich irgendwas irgendwie anzueignen. Und dadurch hänge ich in vielen Sachen ein bisschen hinterher. Also ich kann meine Arbeit machen, keine Frage. Aber ich will halt vieles wissen oder viele Meinungen wissen von Leuten, die auch was davon verstehen natürlich. Und das ist der Austausch, der einen da weiterbringt. Aber der fehlt mir so ein bisschen. Denn Christian Fecht zum Beispiel, mit dem habe ich vor einer Woche zwei, drei Schnäpse getrunken und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Ja, okay. Der, denjenigen, das ist der Raiko, den habe ich im Februar, glaube ich, kennengelernt, 2018. Die haben mit ihm auch schon selber zusammengearbeitet. Und die kommen beide aus der gleichen Stadt. Und da war ich mal zu Besuch zwischen den Feiertagen. Und so einen Austausch, den finde ich natürlich wahnsinnig wichtig und der tut mir total gut. Aber der Rest ist eigentlich entstanden aus Sachen, die ich mir selber beigebracht habe. YouTube lesen und ausprobieren und gucken, wie es funktioniert. Aber es ist halt schade, weil ich glaube, da habe ich viel Zeit verloren. Da wäre mir einfach ein gesunder Austausch mit einem anderen Videografen hätte mir da besser gefallen eigentlich. Deswegen habe ich damals auch die Gruppe gegründet, weil ich auch Kollegen wollte, mit denen ich mich austauschen kann, weil die Problemchen sind ja überall alle gleich wahrscheinlich. Und das mit dem Austausch in der Gruppe, finde ich, also auf Facebook, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und da sind bis jetzt auch viele, viele coole Sachen rumgekommen. Absolut. Und das macht wirklich, und das Schöne an der Gruppe ist, dass die alle total lieb sind. Einen musste ich bis jetzt einmal kicken, weil der hat da rumgestänkert und das will ich nicht. Und dann, ja, ich habe ihn vorgewarnt und dann hat es auch so weitergemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann tut es mir leid. Aber so mit der Gruppe macht es wirklich Spaß. Und das mit dem Podcast war eigentlich auch die Idee, weil es das bis jetzt so noch nicht gab. Die vielen reden immer über das ganze Equipment. Also nur über das Equipment und Technik und so. Ist auch interessant, aber das ist ja nicht alles. Da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Ja, absolut. Ich habe, jeder weiß ja, wie das ist, wenn du da mal mit Final Cut oder Premiere oder was auch immer da irgendwie festhängst. Und da fehlt dir bloß ein kleiner Tipp oder so, bevor du wieder Stunden da irgendwie bei YouTube verbringst. und dann antwortet mal eine und gibt dir da eine ganz schnelle Antwort drauf. Das sind ja so Kleinigkeiten, aber ob es Auftragsgewinnung ist oder ob es die Programme sind oder das Filmen selber, das Equipment. Also mir hat es nicht geschadet. Also bis jetzt habe ich auch nur Gutes aus der Gruppe irgendwie mitgenommen. Also das auf jeden Fall. Und wenn es am Ende die Arbeit von den Arbeiten von den anderen Videografen sind. Ich gucke mir auch immer Videos an von den Kollegen und dann gucke ich immer, was ist cool, was gefällt mir, was kann ich selber adaptieren, was würde ich da nehmen. Und mir ist zum Beispiel so ein paar Szenen, die habe ich dann auch übernommen mit dem Slider und so, wo ich dann auch sage, das ist eine schöne Szenen, warum, also es ist ja nicht verboten zu kopieren. Also wenn man die Idee hat und es ist ja, es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Was würdest du denn sagen, was machen denn deiner Meinung nach Videos allgemein, also jetzt nicht nur Hochzeitsvideos, unvergesslich? Unvergesslich? Hochzeitsfilme? Nee, generell Videos, also nicht nur Hochzeitsfilme. Achso, achso, okay, Filme. Also, ja, auf jeden Fall müssen da Emotionen hervorgerufen werden, egal welche Art. Ich habe Filme geschaut, die haben mich aufgewühlt, sage ich mal. verärgert oder emotional im Positiven irgendwie ergriffen. Also, das muss auf jeden Fall passieren. Wenn das passiert, dann bleibt eigentlich jeder Film irgendwie in Erinnerung, unabhängig von Handlungen oder dergleichen. Das ist so das Allerwichtigste, denke ich. Ich mag Filme auch, die wahnsinnig gut inszeniert sind. Diese Arthouse-Filme jetzt zum Beispiel gefallen mir auch wahnsinnig gut, wo jetzt alles ein bisschen ruhiger passiert, ein bisschen keine Action ist oder was ich was sage, weil die wahnsinnig gut inszeniert sind. Und das ruft bei mir zum Beispiel positive Emotionen hervor, weil es einfach schön ist. Ja, die Emotionen, das ist das A und O, denke ich. Was machst du jetzt nochmal, um bei dir zu bleiben? Was machst du denn in deiner Freizeit? Also, Fußball, hast du ja gesagt, machst du jetzt nicht mehr so. Du hast Familie. Bleibt da noch ein bisschen Zeit für dich, zum, dass du jetzt nicht nur Videos machst? Viel nicht. Also, ähm, ab und zu. Ich bin auch im Fußball so ein bisschen, im Alte Herren Fußball so ein bisschen tätig. Da ist das dann einmal die Woche ein bisschen über Platz schleichen. Aber, ähm, sonst ist da nicht mehr viel Zeit. Also, wenn man Vollzeit-Videograf ist, ähm, hätte ich nicht ganz so mit gerechnet, muss ich schon zugeben, im Nachgang, dass das, ähm, viel, viel Zeit kostet. Sicherlich ist man selbstständig und alle diese kreativen Selbstständigen, die haben ja, die arbeiten jetzt noch nicht nach Stechuhr, sag ich mal. Ähm, das kommt bei dir natürlich nicht so vor, aber, ähm, ich versuche das, das fällt mir auch verdammt schwer, ähm, meine Zeit zu nehmen für meine Arbeit. Aber, ähm, Familienvater, ein Haus, ein Kind, was selber noch Fußball spielt, was auch noch zum Training geht und in der Schule, du machst so noch Hausaufgaben und, 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 und das ist gar nicht so einfach. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Also, wenn dann ist es einmal die Woche noch ein bisschen Fußball, ja, dann trifft man sich mal mit Freunden noch irgendwie, pokert eine Runde oder sowas, aber viel Zeit ist da nicht mehr. Letzte Frage zu Persönliches. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Gute Frage, du. Ich würde sagen, also, das ist alles Hoffnung, ne, äh, oder im positiven Fall, ich, äh, verdiene gutes Geld mit der Videografie, kann Sachen machen, die mich interessieren, die mir Spaß machen, ähm, alle sind gesund, ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass sie Sachen macht, die mich interessieren. Ich hab immer gedacht, so, dass man, Hochzeiten, ist klar, das macht einen total Spaß, man kriegt immer schönes Essen, das Wetter, das gut, die Paare sind alle gut drauf, die ganzen Gäste sind gut drauf und am Ende freuen sich alle, wenn sie den Film sehen. Das ist sowieso ein sehr positives Thema, aber bei den, äh, Werbefilmen hab ich zum Anfang gedacht, es könnte ein bisschen trockener werden, so das Ganze, aber bis jetzt hatte ich das Glück, so, ähm, Film zu erwischen, da wo das Thema an sich, worum es ging, immer sehr, sehr interessant war. Und da man sich als Filmer ja auch ziemlich da ein bisschen reindenken muss und ziemlich viel, ein bisschen aufschnappen muss, um das auch gut umzusetzen, ist es, ähm, erfahre ich immer viel und, ähm, Dinge einfach, die wahnsinnig interessant sind und, ähm, daher war es bis jetzt dort auch sehr, sehr, naja, ich sag mal, auf jeden Fall nicht langweilig und ich hoffe, dass es auch so beibleibt. Ähm, das wird nicht jedes Mal klappen, aber, ähm, naja, in zehn Jahren soll es so sein, dass es mir noch Spaß macht, das ist ganz wichtig. Das finde ich. Und wie ich davon leben kann. Finde ich sehr gute Einstellung, ja. Fangen wir an zum nächsten großen Thema, Ausrüstung, Workflow. Ähm, mit welcher Ausrüstung hast du dann angefangen? Du hast vorhin erzählt, mit der, äh, 6000er von Sony, war das, glaube ich, wo du angefangen hast, oder? Genau, genau. Das war die erste Kamera, die ich hatte. Ähm, damit konnte man ja eigentlich auch schon ganz gut arbeiten, muss ich sagen. Du hattest zwar nicht jetzt hier die klassischen Farbprofile, ne, S-Log oder was ich was, aber, ähm, man konnte schon damit gut arbeiten, sag ich mal. Ähm, damals wirklich nur noch mit einem Einbein-Stativ und, was gab es damals noch? Ah, ein Gemmel gab es auch schon, glaube ich. Ja. Ähm, Zeon Crane, glaube ich, genau. Ähm, jetzt mittlerweile, ähm, habe ich die A7 III als Hauptkamera, habe gerade die A7S II verkauft, ähm, habe ich noch einen guten Preis für bekommen, wollte das machen, in der Hoffnung, dass die A7S III irgendwann mal kommt und ich denn, nicht ganz so großen Verlust habe, weil, interessieren tue ich mich für die Kamera garantiert, ähm, und hätte ich die A7S denn verkauft, ich glaube, ähm, da hätte es noch weniger Geld gegeben. Da ich meistens mit einer Kamera arbeite, ne, Ersatzkamera habe ich auch, sozusagen, ne, die gleiche nochmal, aber, viel mehr Kameras habe ich dann auch nicht. die objektive, ähm, Sigma habe ich, das 50 Millimeter, das ist so das, was ich zu 95 Prozent drauf habe, mit einer 1-4er Blende, ein Weitwinkel habe ich noch und noch ein Tele, ähm, aber eigentlich zu 99 Prozent habe ich das, ähm, 50 Millimeter drauf. Ja, die Standardausrüstung, glaube ich, ist auch dabei, ähm, eine Drohne ist dabei, was mittlerweile auch ganz normal ist, glaube ich, ähm, ne Mavic, ähm, was gibt's noch, ein Gimbel, ein Zeon Crane II, ist es mittlerweile, ähm, Slider von Edelkrone und, ja, damit decke ich eigentlich so gut wie, alle arbeiten ab, ähm, überlege gerade, ob ich noch was habe, ne, ja, aber das ist ja so Standard, was, was man so hat eigentlich als Hochzeitszorgraf. Ton natürlich auch, Laveliermikro, Richtmikros, ähm, ja, sonst fällt mir jetzt erstmal auch nichts ein. Das ist eigentlich das, womit ich arbeite. Wenn ihr, wenn ihr noch was habt, dann ist es etwas, was ich auch dann höchst selten nutze, also, was dann nicht groß relevant ist, sag ich mal, nur im speziellen Fall irgendwie kommt. Ähm, Softwaretechnisch, ähm, ich hab mit Premiere Pro damals angefangen, ähm, nutze ich heute ab und zu auch noch, aber mittlerweile, ähm, auch zu 90 Prozent eigentlich Final Cut. Ähm, hatte so ein bisschen den Grund, dass ich, ähm, mobiles, ähm, Gerät haben wollte, womit ich arbeiten kann, also das Macbook in dem Fall. Ähm, wenn ich zu Hause bin, habe ich noch einen großen Monitor, wo ich es mir anklemm, aber, ähm, ich wollte eigentlich beweglich sein und, ähm, Windows Rechner mit, also Windows Laptops, sag ich mal, die mit Premiere arbeiten und das alles ziemlich flüssig laufen soll, mit 4K-Spur und so, das ist alles, ähm, alles zu groß und alles zu teuer und Macbook ist zwar auch teuer, aber das Ganze läuft mit Final Cut, hat mich die Erfahrung gemacht, einfach wahnsinnig gut und darum, deswegen ist es darauf hinaus gelaufen. Das habe ich schon von vielen gehört, dass das sehr flüssig läuft in dem, in dem Arbeiten, ja. Du hast es nicht, oder was? Nein, ich habe keinen Macbook, ich bin noch bei Windows PC, ich war immer Windows Mensch und, äh, und deswegen bin ich noch bei Windows, ich habe noch diese Premiere, äh, äh, Sache da, ich finde das eigentlich, was mich noch so ein bisschen hadern lässt, ist das, ähm, na sag mal schnell, dieses Package von Premiere, du hast ja Premiere, du After Effects, äh, Photoshop, es ist halt alles in diesem Package da mit bei, von, von Adobe und das ist das, was, was mich noch da bei Adobe lässt, du hast da? Ähm, das verstehe ich auch, also ich, das ist mir auch wahnsinnig schwer gefallen, also muss ich sagen, ähm, jetzt mal wieder mit einem neuen Programm irgendwie reinkommen und, ähm, das kostet auch wieder Zeit, aber, aber, ähm, wenn alles flüssig läuft, sparst du auch eine Menge Zeit, ähm, so, ich hatte mal, irgendwie, Musikvideo, da musste ich, habe ich ein Multiclip gehabt, aus, ich weiß nicht, sechs, 4K-Spuren oder so, ähm, das versucht man mit Premiere und einem Laptop oder so, das, ähm, dauert, das dauert, und, äh, das hat mit Final Cut wahnsinnig gut geklappt, ähm, habe es mal ausgereizt mit 16, äh, Multiclip, äh, Spuren, bei dem Multiclip, und selbst das hat er noch geschafft, und dann war es aber langsam, und dann habe ich mich wieder erinnert an Premiere Pro, und deswegen, ähm, im Nachgang war ich schon ziemlich froh jetzt, dass ich das so gemacht habe, vorher aber auch nur Windows-Rechner gehabt, ähm, frag mich aber heute, wie ich das ausgehalten habe damals, also, falls du mal auf die Idee kommst, äh, auf Apple, um, um zu switchen, dann machst du nicht viel falsch. Ja, da habe ich von ganz vielen schon gehört, aber wie gesagt, ist es schwierig, sich da, sich da umzutun, ja, momentan, ich schneide auch gerne, mach gerne und tu gerne, aber das ist jetzt nicht so mein, mein Hauptding momentan, deswegen, ähm, genau, welche Programme hast du schon erzählt, du findest Final Cut, und, ähm, da hast du auch alles drinne, glaube ich, den Final Cut, oder? Du hast da den Ton drinne, du hast da das Bild drinne, du hast da die Effekte alles drinne, oder? Oder hast du da Plugins zugekauft? Äh, Plugins, Film-Convert habe ich drinne, auf jeden Fall, ähm, einige Plugins noch für den Ton, ähm, sonst, ähm, du hast da bei Premiere Pro, hast du die Lumetree Color, ähm, da bist, so, ähm, die Möglichkeiten hast du bei Final Cut nicht, ähm, das schaffst du nur mit Plugins irgendwie auszugleichen, also du kannst zwar die Farben auch gut bearbeiten, klar, mit Final Cut Standard mäßig, sag ich mal, aber ohne Plugins kommst du da nicht, ähm, an die Möglichkeiten, die, die Lumetree Color dir gibt bei Premiere Pro, aber, ähm, das gleichst du mit Plugins halt wieder aus, ich nutze viel Final Cut, Da Vinci habe ich drinne, ähm, es ist halt, ähm, viel mehr sind sie aber auch nicht, für den Ton selten nutzt, dass ich da noch was brauche oder so, ähm, obwohl ich den Ton an sich noch viel Potenzial sehe, bei mir, aber es ist wohl mehr auf die Hardware so bezogen, ähm, da muss ich noch ein bisschen investieren, ähm, aber sonst, viel mehr Plugins oder so, nutze ich eigentlich nicht, kommt bestimmt nochmal, kommt bestimmt nochmal, auftragsabhängig, denke ich mal, ähm, dass die meisten Sachen da noch, äh, investiert werden müssen, aber jetzt so, bis jetzt habe ich es nicht gebraucht, ich kam bis jetzt damit echt gut hin, und hoffe, dass es auch so bald erstmal bleibt. Jetzt hat ja jeder Videograf, hat ja so eine Wunschliste, was er sich gerne noch holen möchte, was steht dann auf deiner Wunschliste drauf? Ah, wenn es danach geht, ist es ja auch so, du kannst ja alle zwei Monate irgendwie neue Sachen kaufen oder so, ne, natürlich, ähm, juckt einen das immer, ne, aber es ist auch alles sehr, sehr preisintensiv, also, die A7S III, das ist etwas, worauf ich mich doch ein bisschen freue, ob ich mir das leisten kann, gleich, wenn sie kommt, muss ich mal sehen, ähm, ich denke mal schon, dass es darauf hinauslaufen wird, dass ich sie mir hole, aber dann sollte sie schon, 4K, bei 60 Frames machen, ähm, ja, 10 Bit, das mit S-Log zusammen, das wäre schon, wenn sie das macht, ich glaube, dann kann ich auch fast gar nicht mehr drauf verzichten, aber, ähm, das ist so das erste, was mir einfällt, bei, ähm, neuer Ausrüstung, die Drohne, ähm, die Mavic 2, ja, es ist natürlich schön, wenn man, wenn man in die Luft ist, und die Blende verstellen kann, ähm, deswegen, könnte ich mir die auch gut vorstellen, wird höchstwahrscheinlich auch noch kommen in diesem Jahr, wenn nicht, eine Phantom oder so, aber, ich bin grundsätzlich in meinem Equipment eigentlich so, dass ich, ähm, unauffällig und, minimalistisch arbeiten will, so, ähm, und dann nicht mit großem, auffälligem Equipment arbeite, und, ähm, deswegen wird es wohl höchstwahrscheinlich, eine Mavic werden und keine Phantom, obwohl ich die Phantom auch schon, ähm, fliegen sehen habe, und das Material, was da rauskommt, auch schön, keine Frage, aber, das schafft aber die Mavic 2 auch mittlerweile. Ja, 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 ich weiß, was du meinst, sagst. Naja, ich, aber, ich sag mal, für meinen Nutzen, ne, also, ähm, wenn die Sachen groß werden, die Produktion groß wird, hab ich noch Möglichkeiten mit, ähm, ich kenne Leute, die haben größere Drohnen, oder wie auch immer, ähm, die könnten mir dann irgendwie aushelfen, aber grundsätzlich, ähm, versuche ich aus den Mitteln, die ich habe, auch das Beste rauszuholen, und nicht, ähm, übertäuertes Equipment, und da nur, naja, die gar nicht ausreize, und deswegen, ähm, wird es trotzdem aber so sein, dass ich mir höchstwahrscheinlich die Mavic 2 hole, in diesem Jahr, weil, dieser Sommer war echt hart, für, ähm, die Mavic 1, weil, so viel Licht, äh, also die Bedingung, die ich hatte, so viel Licht, und, und, äh, denn, wenn da Wolken noch dazwischen kommen, kleine Wolken, und du die Blende nicht verstellen kannst, dann ist das schon ziemlich anstrengend, kostet auch wieder Zeit, und das hast du dann meistens nicht, und deswegen wird es jetzt wahrscheinlich so sein, dass, die Mavic 2 kommt. Aber du hast wahrscheinlich auch so Mini-ND-Filter, für die Mavic, oder? Ja, also ohne ND, ich weiß ja nicht, also, ob das geht, also, und das Bild nicht ruckelt, äh, also ich glaube, diesen Sommer habe ich durchs Eck, ein 32er-ND-Filter drauf gehabt, äh, gefühlt, gefühlt, ähm, weil, äh, ich kam nicht, äh, das Bild rausgebrannt. das stimmt, äh, äh, und da wir hier in, äh, im Mavic Pom viel Wasser haben, viel Strand haben, äh, da wird das nur noch heller und nicht dunkler. Ja, schön. Klingt aber nach sehr schönen Aufnahmen, ja. Wie viele Tage rechnest du denn für deinen Schnitt? Für den Schnitt, äh, wie viele Tage brauche ich da? Grundsätzlich brauche ich für die Musikfindung zu lange, für meinen Geschmack, ähm, da gehen manchmal ein, zwei Tage drauf, und für den Schnitt, äh, ich bin auch immer froh zu hören, dass an einem Videografen das Ausdruck geht, dass sie keine acht Stunden am Stück da am Rechner sitzen und schneiden und, ähm, alles komplett irgendwie umsetzen können. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich hab da wohl eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne irgendwie, ähm, das ist auf jeden Fall so, dass ich, glaube ich, netto Zeit, netto Zeit vielleicht, pff, ja, vier Tage, fünf Tage manchmal, ähm, manchmal sind es auch noch drei Tage, das ist auch immer, was für einen Flow man da irgendwie findet beim Schnitt, ähm, ich hab Hochzeitsfilme, die waren lang, und trotzdem hab ich die innerhalb von zwei Tagen geschnitten oder so, das war irgendwie total erstaunlich, und die waren, von Paar her jetzt so gesehen, total toll, ähm, ich hab manchmal fünf Filme gehabt, die waren verhältnismäßig kurz, und da hab ich irgendwie fünf Tage dran gesessen, das ist einfach, ich muss meinen Flow irgendwie finden beim Schnitt, und wenn ich den finde, und die Musik schnell gefunden hab, dann bin ich auch verhältnismäßig zügig fertig, aber, es klappt nicht immer, also, ich nehme mir meine Zeit, ich beeil mich da auch nicht oder so, ähm, das hab ich mal gemacht, bei ein, zwei Projekten, die hab ich am Ende gefühlt, nochmal komplett neu so geschnitten, weil ich einfach nicht zufrieden war, also, ich nehme mir meine Zeit, und, wenn es halt fünf Tage sind, manchmal sind es fünf Tage, aber ich hoffe immer so im Schnitt von drei, dreieinhalb Tagen, dass ich dann mit den Sachen durch bin, aber, eher selten. Drei, dreieinhalb Tage, gut, mhm, ja, ist aber schon ziemlich flott, finde ich, ja, ja, kommt immer aufs Projekt an, wie gesagt, ne, ähm, ähm, meistens ist es eher länger, aber, ähm, ich hoffe immer, dass es nicht länger als dreieinhalb, vielleicht mal vier Tage sind, das fällt mir schwer. Ist aber schon, klingt aber schon vernünftig, also, sinnvoll, also, das Problem ist, wenn man ja, du wirst es ja kennen, wenn man einmal dran ist, dass man so, wie du sagst, voll im Flow ist, dass man dann sagt, ja, voll geil, voll geil, aber man ist dann einfach, man will dann auch nicht aufhören, man will es dann wirklich auch perfekt machen und guckt dann nochmal drüber und, ja, so geht es mir. Genau deswegen, genau deswegen habe ich das oft, dass ich, ähm, mitten in der Nacht, so um drei irgendwann, ähm, denn den Punkt habe, so, äh, ich glaube, ich bin jetzt fertig mit dem Film, aber, weil du wirklich daran hängst, wenn du mal so einen Flow hast, dann ziehe ich das auch durch, dann, ne, ähm, dadurch kann es dann auch mal schnell gehen, aber, ähm, wie gesagt, diesen Flow, ähm, den schaffe ich meistens nicht, irgendwie lang aufrecht zu erhalten, äh, dadurch, ach, ja, wie gesagt, aber die Musikfindung, das ist noch das, was mich so wahnsinnig, ähm, Zeit frisst, so, das ist echt so anstrengend, äh, aber liegt wohl auch daran, weil mir das total wichtig ist, irgendwie, ähm, naja, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, äh, bist du da schneller, bist du da in der, nein, Musikfindung? Nein, nein, ich, nein, Musikfindung dauert auch, also ich mache das meistens, wenn ich, äh, es gibt ja auch mal Tage, wo man ein bisschen Zeit hat, dann suche ich mir meistens, ähm, zwischen den Aufträgen, dann suche ich mir schon Lieder raus, und dann habe ich die, dann, dann, meistens bin ich dann auch spontan und kaufe die dann schon und hab die dann schon parat, und sobald ich dann, äh, ein Hochzeitspaar habe, wo ich sage, das passt dazu, dann, dann kann ich den Song nehmen, was ich in letzter Zeit auch sehr oft habe, dass zum Beispiel, ähm, wenn die eine Band haben und die spielen sehr, sehr gute Musik, oder auf der letzten Hochzeit, die haben, äh, die haben live gespielt und das war sehr, sehr schön, da habe ich einen Live-Schnitt gemacht, die hatten auch Mischpult und alles dran, hab mich da rangehängt, hab das, äh, recordert, hab das dann, äh, gemastert, was ich halt so kann, so ein bisschen mit dem Mastern und, ähm, der Song, den habe ich dann genommen für den Trailer und da waren die total begeistert von und, äh, das ist natürlich auch Kostenersparnis, weißt du, wenn du dann direkt den Original-Song nimmst. Absolut, ich habe das dieses Jahr, ähm, zweimal gehabt, dass eine Sängerin vor Ort war und, ähm, ich einen Titel von ihr genutzt hab, ähm, die hatte dann, ne, ich glaube bei beiden sogar, äh, eine Tonstudioaufnahme von dem Song, den sie auch vor Ort gesungen haben. Ja, besser geht's ja gar nicht, ja. Ja, und, ähm, hab ich dann auch genutzt, grundsätzlich wäre es jetzt nicht die Musik gewesen, die in meinem Geschmack liegt, sag ich jetzt mal, die ich jetzt für einen Film so genommen hätte, aber für die Paare war das extrem wichtig, ähm, dass, also, der Song hat eine sehr, sehr emotionale Bedeutung gehabt und bei beiden Paaren und deswegen war das ziemlich offensichtlich, dass ich eigentlich fast diesen Song irgendwie nehmen musste und, ähm, hatte auch den Effekt nachher, ähm, die waren wahnsinnig begeistert davon, wussten das auch nicht, aber grundsätzlich suche ich schon Musik raus, die auch in meinem Geschmack liegt so, weil, ähm, ich glaube, sonst wäre es für den Schnitt noch schwieriger. Was, darf ich kurz mal dazwischenfragen, was nutzt du denn für Plattformen? Meistens, ne, Artlist natürlich, äh, Musicbed, ähm, was noch? Puh. Eigentlich das hauptsächlich. Ab und zu nochmal, aber ganz verschiedene Plattformen, da suche ich nach einem bestimmten Song, so, ähm, da kann ich gar nicht sagen, welcher das ist, ne, aber, auf jeden Fall, äh, sind es dann noch so drei, vier andere, wo ich dann meistens noch drauf, drauf lande, ähm, aber nur, weil ich einen bestimmten Song suche oder so, ne, weil ich dann, ähm, ich, keine Ahnung, ich durch die Gegend gefahren bin und höre einen Song irgendwie und der ist total cool für eine Hochzeit oder so oder für ein Werbevideo oder keine Ahnung was und, ähm, dann versämme ich das irgendwie oder so und dann versuche ich den Song nachher irgendwie zu lizenzieren, ne, aber dann landest du manchmal sonst wo, ne. Ich hatte mal einmal, äh, dass ich da über Sony direkt, äh, irgendwas lizenzieren hätte müssen, aber, ähm, das haben wir dann am Ende doch sein lassen, weil es die, die eigentlichen Kosten für den Hochzeitsfilm überschritten hätte. Ja, wahrscheinlich, ja. Die Entschuldigung, euer Hochzeitsfilm wird jetzt einfach bei 100.000 teurer, das ist einfach so. Genau, aber sonst, ähm, im Normalfall sind's Artlist und Musicbed, ähm, aber es reicht mittlerweile auch nicht mehr so aus, ähm, aber jetzt ist ja gerade Winter, jetzt haben wir gerade so ein bisschen Ruhe, jetzt geht's gerade so ein bisschen um Auftragsgewinnung und nicht um Schnitt, so ein bisschen bei mir zumindest, ähm, daher hab ich da gerade noch so ein bisschen Luft, äh, aber es wird auf jeden Fall so kommen, dass ich mir noch andere Plattformen irgendwie, ähm, suchen werde und mich da einkaufen werde, höchstwahrscheinlich. Eintrau-, äh, warte mal, Auftragsgewinnung finde ich ein sehr schönes Stichwort, zum Thema Marketing, dazu kommen wir gleich, ich würde gerne noch die letzte Frage zum Thema Workflow, und zwar Effizienz und Effektivität, was hast du denn da so für dich selber gemerkt, wo du sagst, okay, da hab ich das, dadurch werde ich schneller, dadurch kann ich mehr Geld verdienen, dadurch hab ich mehr Freizeit und weniger Stress, hast du da irgendwas, wo du sagst, das hab ich jetzt in den letzten drei Jahren da gelernt? Gute Frage, ich hab ja schon gesagt, dass ich in meinem Workflow irgendwie, ähm, wahnsinnige Spannung hab, äh, äh, ich mit mir und der Musikfindung zum Beispiel, und ich hab total die wahnsinnigen großen Zeitfenster, in denen ich das irgendwie abarbeite, ähm, mal Jahr, mal kurz, mal lang, also ich, wenn jemand eine Idee hat, wie man das verbessern kann, ich höre total gerne zu, also ich bin noch nicht so, ähm, gut in meinem Workflow, denke ich, bei mir ist das natürlich, ich weiß ja nicht, du hast ja viele Videografen interviewt, wie viele Familien fehlt dir da mit zwei Kindern und verheiratet, wie viele da über den Weg laufen, das ist nicht ganz so einfach manchmal, ähm, zu schneiden, ähm, aber gerade in dem Fall muss eigentlich der Workflow sehr, sehr gut sitzen, so, ne, aber genau gefühlt, das tut's bei mir noch nicht so richtig, ähm, ich muss da echt noch an mir arbeiten, ich versuche natürlich, ähm, was ich sagte, wenn ich einen Flow hab, so, den ziehe ich durch, dann wenn's halt bis nachts um drei, vier ist oder so, aber, ähm, mehr Tipps, Tricks für besseren Workflow hab ich echt nicht, also, ähm, das ist immer wieder harte Arbeit, ähm, deswegen ist es oft so, dass der Schnitt mir minimal weniger Spaß macht, der Dreh selber, wenn ich dann aber zum Ende komm beim, beim Schnitt, dann freue ich mich wie ein kleines Kind und dann, dann, macht der Schnitt auch wahnsinnig Spaß, aber, ähm, bis dahin ist es immer sehr, sehr viel Arbeit, dann ist es wirklich Arbeit, dann ist es nicht mehr hier Hobby zum Beruf gemacht, sondern, äh, dann ist es Arbeit. Wenn das Projekt nachher fertig ist, dann freue ich mich echt wahnsinnig darüber, aber, es ist nicht so einfach. Also, so einen richtig guten Workflow, nee, hab ich keine Empfehlung für. Noch nicht. Okay, ja, cool, ich frag dich vielleicht ein paar Jahren nochmal, vielleicht hast du dann, ich hab was gefunden, da wäre cool. Okay, Auftragsgewinnung, wie du es nennst, ich nenne es Marketing, ich finde es eigentlich ganz cool, also ich finde es ein super wichtiges Thema, ist so eigentlich so mein Lieblingsthema, weil, wo ich angefangen habe mit der Hochzeitsvideografie, war dann, das war Schritt zwei, erst kam das Technische und dann kam ja, jetzt muss ich ja irgendwie damit Geld verdienen und wie, äh, wie überzeuge ich Leute davon, dass ich da auch Aufträge bekomme. Ähm, Marketingmaßnahmen für Einsteiger, welche findest du denn am sinnvollsten? Für Einsteiger, höchstwahrscheinlich wird es erstmal so sein, dass man, die Grundvoraussetzung ist eigentlich Portfolio, keiner investiert für Geld in jemanden, der nichts nachzuweisen hat, also wird er höchstwahrscheinlich erstmal, ich glaub, das wird jeder gemacht haben, erstmal für umsonst gearbeitet, ähm, kein Geld verdient, aber erstmal vernünftiges Bildmaterial für sich und sein Portfolio irgendwie zu schaffen, das ist, denke ich mal, das A und O. Wenn man das hat, hat man Nachweis, erstmal braucht man eine Internetseite, denke ich, ähm, dass man sein Portfolio irgendwo hinlegen kann, dass es leicht, äh, zu verteilen ist, sag ich mal, entweder man sieht auch gleich so, dass die Internetseite online sehr präsent ist, das ist vielleicht eine Variante, ich selber hab, ähm, womit hab ich angefangen? Ich glaube, ich hab, äh, wie gesagt, eine Messe war ich, das ist so eine kleine Messe, ähm, da sind maximal, lass das vielleicht 600, 700 Leute sein, die da kommen, auf diese Messe, die ist wirklich sehr klein, ähm, das scheint aber grundsätzlich sowieso mein Vorteil zu sein, wenn die Messen kleiner sind, weniger Hektik ist, ich mehr Zeit hab, mit den Paaren zu reden, das fruchtet bei mir mehr, als wenn, ähm, man so eine Stressmessen hat, irgendwie, wo, ähm, die Leute extrem vollgequatscht werden, sag ich mal, und weniger Nerv haben, zuzuhören, dann, ähm, das ist für mich selber auch schwerer, ähm, aber ich denke, so eine Messe schadet nicht, ähm, so war es bei mir, so kleine Messen, äh, nicht diese großen, teuren vielleicht, ähm, wenn sowas gibt in der Region, so irgendwie kleine Sachen, dann mal gucken, wie die Resonanz ist, dann ist das Geld, was man verliert, nicht ganz so viel, wenn es also irgendwie nicht klappen sollte, was bei mir auf jeden Fall gefruchtet hat, ist so ein gewisses Netzwerk, sich aufzubauen, ähm, bevor ich so richtig angefangen habe, Geld zu verdienen mit dem, mit dem Film habe ich auch schon viel am Netzwerk gearbeitet, viele Leute kennengelernt, auch vielen, also viel mit Hochzeitsdienstleistern kommuniziert und ausgetauscht, ähm, das hat im Nachgang auch für viele Aufträge so gesorgt, man lernt ja viele Hochzeitsdienstleister auch kennen, sobald man mal irgendwie anfängt mit den Hochzeiten, ähm, lernt man ja halt auch viele kennen, ob es Planer sind, ob es, ähm, Fotografen sind oder was auch immer, Fotografen werden ja mittlerweile auch immer mehr gefragt, ob sie mal einen Film machen können und dann, ähm, wenn sie es selber nicht machen, dann verweisen sie halt an Fotografen, also das ist vielleicht so ein Start, vielleicht so eine kleine Messe, wie gesagt, erstmal braucht man ein Portfolio und, ähm, vielleicht so ein bisschen am Netzwerk arbeiten, online sich zeigen, so wie viele das ja auch machen, ähm, das ist schon wichtig, aber so ein pauschales Rezept dafür, ähm, ich glaube, das ist nicht so einfach, ähm, die Erfahrungen kommen einfach mit den Jahren, ne, wo auch man sich ein bisschen mehr konzentriert, manchen passt das ein bisschen, du bist online zum Beispiel sehr präsent, ähm, ich weiß nicht, ob du viel auf Messen bist oder so, vielleicht eher weniger, ich zum Beispiel bin online nicht so präsent, musst mich vielleicht ein bisschen mehr auf Messen sehen lassen, ärgert mich irgendwie auch, weil es schon ziemlich teuer ist, so auf Messen sich immer sehen zu lassen, ähm, naja, das ist, äh, nicht so einfach, also man muss seinen Weg irgendwie finden, es gibt da auch kein pauschales, so, Rezept, sonst würden sich alle sowieso begegnen, immer wieder, ähm, ähm, ich denke, ähm, ich denke, ähm, in der Zukunft, ähm, da eher ein bisschen weg von gehen und mich, äh, über andere Sachen, ähm, naja, wie soll ich das sagen, ich möchte einfach weniger Geld für Messen ausgeben, aber ob das klappt, äh, weiß ich nicht, ähm, das sind Erfahrungswerte, die muss man machen, ähm, was zu einem selber passt und auch, das ist ja auch immer so ein bisschen regionsabhängig, wo man lebt und, und, äh, hier denke ich, ist das Internet sehr, sehr wichtig, weil wir einfach ein Flächenland sind, ähm, aber, pauschales Rezept gibt's auch da nicht. Ich hab, wie gesagt, angefangen, Portfolio aufbauen, ne Online-Seite irgendwie fertig gemacht, ähm, war auf einer kleinen Messe und hab danach mich angefangen zu vernetzen und, ähm, bis jetzt, toi, 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 ich hab's im ersten Jahr, richtigen Jahr, wo ich mich voll drauf konzentriert hab, ähm, hab ich eine gute Auslastung gehabt, ähm, hab ich selber nicht so mit gerechnet, aber, mal gucken, was 2019 bringt, ne, ähm, ich hab ein bisschen vorgearbeitet, aber ich muss noch ganz, ganz viel tun, um, äh, eine gute Auslastung zu haben für 2019. Cool. Das war schon sehr, sehr viel Information. Jetzt deine, deine Zielgruppe, wie hast du denn deine Zielgruppe irgendwie definiert? Hast du dich da mal hingesetzt und hast dir mal aufgeschrieben, wen du denn genau haben möchtest? Es ist so ein, ich war, auch auf ein, zwei Netzwerktreffen, da war auch immer genau das Thema. Man muss immer seine Zielgruppe definieren, so, ne, damit man sich auch darauf konzentriert. Das ist immer so auf Thema gewesen, ne. Ja, was ist, wenn man Werbefilme dreht, so. Was für eine Zielgruppe hat man denn? Unternehmen, ja. Aber, ähm, das ist total schwierig, ähm, eine gewisse Zielgruppe zu finden. Also, bei den Paaren ist es so, ähm, das hab ich auch zum Beispiel mit den Gesprächen mit Christian Färcher zum Beispiel mitbekommen, ne. Ich hab, ähm, bei Christian ist das so, dass er in seinen Filmen ist das Paar selbst sehr präsent. Ähm, da ist das Paar auch selber, daran interessiert sich selber, viel zu sehen. Ist ja auch okay, ich find die Filme total toll von ihm, ne. Aber ich hab weniger diese Paare. Ich hab eher die Paare, die so einen Film haben wollen, die den Tag widerspiegelt. Das muss alles natürlich emotional sein und schön irgendwie aussehen, aber, ähm, es ist eher so der Fokus drauf, dass der Tag wieder gespiegelt wird. Ähm, dadurch ist es grundsätzlich schon irgendwie so ein bisschen so, dass die Paare unterschiedlich sind. Ähm, zum Beispiel als die zu Christian Fähig, ne. Aber er hat sicherlich auch solche Paare, ne, aber, ähm, die Zielgruppe ist schon ein bisschen anders, denke ich. Ähm, ja, das ist auf die Hochzeit bezogen. Bei den Unternehmen fällt's mir irgendwie schwer, äh, eine gewisse Zielgruppe zu haben. Irgendwie, ähm, es sind sicherlich nicht die Millionenunternehmen, äh, da bin ich sicherlich noch nicht so weit, aber, ähm, obwohl ich da auch schon für eine Softwarefirma aus der Region, die auch Millionenumsatz machen, durfte ich auch schon zwei, drei Filme machen, aber es sind nicht die riesigen Unternehmen, die so meine Zielgruppe sind, es sind eher die mittelständischen Unternehmen, die eher maximal so meine Zielgruppe sind, Stand jetzt, ne. Das ist alles so ein Entwicklungsprozess, man darf sich auch, ich glaube, dass es auch nicht gut ist, wenn man sich, ähm, äh, wenn man Sachen annimmt, die einem vielleicht noch, äh, zu groß sind, ähm, da wo einem die Erfahrungen fehlen. Deswegen wachse ich lieber mit den Aufgaben und, ja, das ist eher so, das, was ich zu den Zielgruppen zu sagen habe. Sehr cool. Nächste Thema, Kundengespräche. Wie bereitest du dich denn auf Kundengespräche vor? Gar nicht. Wenn es um die Hochzeitspaare geht, wenn es um die Hochzeitspaare geht, ne, denn gar nicht. Ähm, weil, was ich da vorbereite, ist eh wurscht, weil die Paare so individuell sind und total unterschiedlich und wie die, äh, wie die Hochzeiten ablaufen, äh, sind die so, so unterschiedlich, ähm, dass ich da nichts vorbereiten brauche. Ähm, die meisten kennen mich ja und meine Arbeit, weil wir vorher schon mal telefoniert haben und sie sich meine Filme angeguckt haben. Ähm, wenn ich sie bei der Messe zum ersten Mal sehe, ähm, ähm, erzähle ich ihnen, was so ein Hochzeitsfilm irgendwie ausmacht oder was sich in der Videografie einfach verbirgt. Ähm, das ist ja bei vielen, ganz, ganz viel Neuland und die wissen gar nichts damit anzufangen. Deswegen gibt es da irgendwie noch sehr, sehr viel Redebedarf. Ähm, das ist wieder so ein, deswegen tut es mir eigentlich ganz gut bei den Messen, wenn die Messe ruhig ist, weil ich Zeit brauche, um den Leuten das meistens zu erklären, ne? Ähm, ähm, bei den Messen ist es manchmal schwierig, den Leuten, äh, das Gesamtpaket des Films, äh, irgendwie zu zeigen, weil Messen sind laut, Hochzeitsfilme, da ist die Musik wichtig und so, ne? Und die Wörter, die da so gesprochen werden, dadurch ist es manchmal schwierig, äh, den Leuten das dort vor Ort, äh, zu zeigen, was es so irgendwie ausmacht, weil das Gesamtpaket ist ja irgendwie wichtig. Ähm, ähm, aber, wenn es um die Hochzeitspaare geht, ähm, bereite ich nichts vor, da wird einfach drauf losgequatscht, ähm, bei den Unternehmen natürlich, man muss schon wissen, was die machen, ne? Ähm, man muss schon wissen, ähm, im Telefonat vielleicht, worum es grob geht, um das Thema, aber wenn es zum ersten Gespräch kommt, nachher, intensiven Gespräch, wie man so ein Projekt überhaupt angehen könnte, oder ob es Sinn macht, so ein Projekt irgendwie anzugehen, ähm, sollte man schon wissen, grob worum es geht, ähm, naja, viel mehr vorzubereiten, ist da eigentlich nicht, weil das meiste, so ist es bei mir zumindest, die meisten Ideen, oder was auch immer entsteht, eigentlich beim Gespräch mit dem Kunden selber, manchmal gehen die Vorstellungen vom Kunden natürlich auch weit auseinander, zu dem, was man eigentlich irgendwie umsetzen kann, ähm, deswegen findet man sich im Gespräch meistens eigentlich. Cool. So ist es bei mir, also, ähm, nein, das ist so, das stimmt schon so, ja. Also man versucht sich zwar vorzubereiten, aber, ähm, man ist natürlich in seiner Vorbereitung wahnsinnig limitiert, weil, ähm, das meiste Wissen kommt eigentlich erst beim Kunden eigentlich, ja. Hast du denn irgendwelche, irgendwelche Tipps, wo du sagen würdest, ähm, dadurch kann ich jetzt den Kunden besser von meiner Arbeit überzeugen? Oh Gott, wo, besser überzeugen? Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man von dem, was man da erzählt, auch irgendwie Ahnung hat. Also, ähm, man darf da nicht mit irgendwelchen Halbwissen durch den Raum laufen da und irgendwie erzählen, das ist, äh, schwierig. Ähm, das kriegt der Kunde sowieso mit, spätestens wenn er den Film nachher bekommt und das irgendwie weit von seinen Vorstellungen irgendwie abweicht, ähm, da sollte man schon, ähm, das ist wichtig, also man sollte authentisch sein. Also bei mir ist das sowieso so, ich erzähle niemandem irgendwas, ähm, irgendwelchen künstlichen Kram oder so, ähm, was ich sage, das kann er mir schon glauben irgendwie, ähm, was auch, was ich nicht kann oder was sich nicht umsetzen lässt, das sage ich auch, denn das ist eigentlich ziemlich unproblematisch, so sind meine Erfahrungswerte. wenn der Kunde eine bestimmte Vorstellung hat, minimal davon abweichen kann, muss er meistens auch, ähm, dann ist das alles in Ordnung, aber wenn, ähm, die Vorstellung vom Kunden und deinen Möglichkeiten und dein, äh, Fachwissen irgendwie zu weit auseinander gehen, dann sollte man die Finger auch davon lassen. Ähm, bis jetzt toi toi toi, ist mir das noch nicht passiert, aber ich würde die Finger davon lassen, weil, ähm, ich habe einen Kunden gehabt, der hatte utopische Vorstellungen von, das war gefühlt ein Mix aus, Animationsfilm und, äh, ich weiß nicht was, ähm, das, das mache ich nicht, kann ich nicht und dann lasse ich auch die Finger davon, ähm, dann verweise ich an Leute, die das können und dann ist gut, ähm, aber, ich denke, das ist das Wichtigste, man sollte das, was man da irgendwie anbietet und, äh, erzählt, das sollte man schon verstehen und auch dahinter stehen irgendwie, ähm, das ist das Wichtigste, denke ich. Ja, cool. Ähm, die wichtigste Frage für die meisten, wie berechnest du denn deinen Preis? Du hast gesagt, am Anfang hast du alles für gratis gemacht, dass du dein Portfolio hast und wo hast du dann angefangen mit deiner Preis, hast du, ähm, geguckt, was wollen die Kunden, also was würden die Kunden zahlen oder hast du eher geguckt, was brauche ich am Ende des Monats, damit ich meine Familie ernähren kann? Also, es ist ja schon mal ein gewaltiger Unterschied, ob man das nebenbei macht oder ob man damit sein Geld Vollzeit verdient. Das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Das ist ja auch das, was auf dem Markt so, ähm, den gewaltigen Unterschied macht, ne, in dem, in der Preisspanne. Ähm, ich selber habe natürlich nicht den gleichen Preis gehabt, äh, als ich das nebenbei gemacht habe, äh, wie jetzt, ne? Das ist natürlich logisch. Ähm, man, wenn man anfängt, sag ich mal, äh, dann, hauptsache man verdient irgendwie erstmal so ein bisschen was, äh, holt so ein bisschen Geld raus, um sein Equipment irgendwie aufzubauen, aber, jetzt im Nachgang finde ich, ähm, wenn die Arbeit gut ist, ähm, man muss sich nach seiner Qualität irgendwie schon so ein bisschen am Anfang auch schon bezahlen lassen, ähm, weil, a, dass es den Markt nicht so ganz kaputt macht, ähm, jetzt merke ich das natürlich akut, dass es vielleicht Filme gibt. Hier in MacPom geht das immer noch, ne? Das ist jetzt nicht so das Problem, aber ich stelle mir das schwierig vor, in Ballungsgebieten, im Ruhrpott oder in, in Berlin oder so. Ich denke, da gibt es viele Hobbyfilme, ähm, wogegen Vollzeit-Videografen wahnsinnig ankämpfen müssen. Ich denke, dass am Ende sich die Qualität zwar doch durchsetzt, ne? Dass die, die wirklich gut sind, auch ihre Auslastung haben, aber, mittlerweile sehe ich das natürlich ein bisschen anders, wenn irgendwelche Leute dafür fast umsonst arbeiten. Das ist natürlich schwierig. Ich hoffe, dass, äh, die Leute sich nach ihrer Qualität bezahlen lassen einfach. Ähm, wer sehr, sehr gut ist, ist einfach sehr, sehr teuer und dann ist es auch okay. Das sehe ich mittlerweile ganz entspannt. Ähm, für jeden Topf gibt es den Deckel da irgendwie, aber, auf dem Tagessatz jetzt zum Beispiel, ich habe angefangen, ähm, mit, einem Satz X, den wollte ich haben, zum Anfang für den ganzen Tag, ähm, für den Filmtag eigentlich. Äh, da war der Schnitt gar nicht mehr drin. Das war ja auch gefühlt alles noch ein bisschen Hobby-mäßig. Ähm, jetzt mittlerweile lasse ich mich, äh, nach, bei den Hochzeiten ist einfach, habe ich eine Summe X, die steht fest, ähm, da ist alles mit abgedeckt. Da liege ich nicht drunter, nicht drüber, außer es kommen, ähm, Reisekosten und Übernachtung dazu. Das ist das Einzige, warum es teurer wird, aber ist dann halt mein Problem, wenn ich länger brauche für den Film, ne, dann ist er halt der Tagessatzinträger. Bei den Unternehmen, da habe ich einen Tagessatz, äh, den fände ich an, ähm, der ist auch ein bisschen dehnbar, abhängig davon, ähm, was ich einbringen muss, sag ich mal. Da habe ich viel Fahrerei, äh, habe ich viel, ähm, naja, ich sag mal, viel extra Kosten noch, ähm, manchmal ist Tonstudioarbeit irgendwie nötig. Ich habe manchmal irgendwie einen Auftrag, wo der Kunde im Tonstudio irgendwas einsprechen muss, hatte ich auch, das kommt irgendwie extra oder so, aber grundsätzlich arbeite ich bei den Unternehmen mit dem Stundensatz. Mhm. Wie kommunizierst du das dann? Du sagst dann, ich brauche acht Stunden und wenn es dann zehn geworden sind, wie machst du das dann? Dann versuche ich das vernünftig zu argumentieren, also, ähm, wenn es solche Spannen sind, wovon du gerade redest, dann ist das ja alles human, das juckt selten ein Unternehmen, ne, wenn ich, ähm, wenn wir bei der, bei der, bei der Gedankenfindung, ähm, schon merken, dass wir mehr Aufwand haben, dann, ähm, wird das schon so kommuniziert. Ähm, das Angebot nachher, was ich den Unternehmen unterbreite, lag bis jetzt eigentlich, ähm, zu 90 Prozent, äh, schon da, wo es nachher am Ende auch die Rechnung lag. Also, deswegen muss man in der Vorbereitung sich auch, äh, äh, alle Umstände so bewusst sein, ne, man darf da nicht weit von abliegen, ähm, wenn man es doch liegen sollte, dann erklärt man das dem Kunden, warum das ein bisschen teurer geworden ist und dann am Ende bleibt dem Kunden sowieso irgendwie nicht anders übrig, der muss schon damit leben, irgendwie, ne, ähm, wenn man jetzt irgendwie 50 Prozent mehr zahlen soll, irgendwie der Kunde, dann verstehe ich das schon, dann würde ich das auch nicht machen, ne, aber dann hat man vorher einfach, äh, falsch kommuniziert. Das A und O ist einfach, dass der, das habe ich ja so gesagt, der Kunde weiß bei mir, was los ist, ähm, wenn ich merke, ich habe da irgendwie mehr Aufwand durch irgendwas, dann, äh, kommuniziere ich das auch mit dem Kunden und dann weiß er das auch und dann, kein Kunde hat eine große Überraschung, wenn er von mir die Rechnung bekommt. Also, A und O ist vorher vernünftig kommunizieren. Das ist ganz wichtig. Super. Tipptopp. Dann sind wir eigentlich am Ende. YouTube-Kanal hast du nicht, hast du gesagt, so, bist du nicht so... Doch, ich habe einen, aber das, ich bin, wie gesagt, die Zeit. Ähm, ich habe einen, aber, ähm, ich muss mich einfach da noch ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Aber es ist auch eigentlich nur eine Portfolio-Plattform. Ähm, das Gleiche habe ich bei Vimeo auch. Einfach nur eine Plattform, wo ich meine Filme drauf liegen habe, sag ich mal, und den Kunden schnell zeigen kann oder vielleicht ein Kunde drauf stößt. Ähm, das ist alles ein bisschen, äh, spartanisch. Ich muss das alles eigentlich mehr verfolgen. Ähm, es schadet ja nicht, wenn Kunden auch darüber generiert werden, ne, aber es ist halt, es scheitert bei mir zur Zeit noch an vielen Dingen, weil ich die Zeit nicht habe. Ähm, ja, heute Morgen zum Beispiel, äh, meine Kinder, ich habe ein zweieinhalb, äh, eineinhalb Geschosse hier. Meine Kinder sind oben mit meiner Frau, sind Ferien, die sind zu Hause. Jetzt, wenn ich fertig bin, genieße ich noch den freien Tag heute mit der Familie, ähm, und danach ist wieder Vollzeit-Videografenleben angesagt, äh, Buchhaltung fertig machen für Dezember. Juhu! Genau, äh, damit ich da auch einen Abschluss habe. Und, ach, das ist halt viel, was man so machen muss. Und, äh, ich bin im Januar zum Beispiel, ähm, habe ich drei Messen. Ähm, da liegt ganz viel an. Ähm, ich habe, es gibt so viel, was anliegt, äh, dass ich, ähm, mich einfach ärgere auch oft, dass ich einfach nicht mal mit der Kamera rausgehen kann, einfach viel mehr filmen kann, mich viel mehr austesten kann. Ähm, als Film hat man immer Projekte im Kopf, die man total gerne umsetzen möchte, ähm, und ich komme einfach noch nicht so richtig dazu. Ähm, aber, naja, mal gucken, was das Jahr 2019 bringt. Ich hoffe, dass man am Ende irgendwie doch, wie gesagt, Spaß hatte und Dinge umgesetzt hat, die einen da irgendwie wahnsinnig interessiert haben. Und dann ist auch wirklich alles okay und man hat die Familie irgendwie ernährt, aber, ähm, ja, ich habe noch genug zu tun auf jeden Fall. Das klingt sehr, sehr cool. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass 2019 richtig cool wird. Sind wir eigentlich am Ende? Nochmal ganz schnell, schnell Fragerunde. Und zwar würde ich gerne, dass du einfach die folgenden Sätze einfach ergänzt. Bist du bereit? Mag sein. Ich versuche es mal. Okay. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Gute Vorbereitung, vernünftige Kommunikation und das waren zwei, die dritte. Ähm, gute Frage. Ich kriege nur zwei jetzt. Ich bin nicht, ah, da, 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 Kommunikation ist wichtig. Das ist das A und O. Die Vorbereitung ist das allerwichtigste eigentlich und beim Dreh die nötige Zeit nehmen auf jeden Fall. Das im Nachgang ist auch sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Ähm, wenn es nötig ist, sich mehr Zeit zu nehmen, mehr als erwartet, dann ist das halt so. Ähm, es nützt nichts, wenn man nicht das richtige Material im Kasten hat. Also, die Zeit nehmen, die man braucht. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte die? Das würde ich sagen, dass es das ist, was ich mir von der A7S III erhoffe. 4K bei 60 Bilder pro Sekunde und wenn das noch mit S-Log-Profilen und 10 Bit gleichzeitig geht, denn ich weiß nicht, was ich mehr haben will. Also, dann bin ich ziemlich zufrieden und das bei einem wahnsinnig guten dynamischen Umfang. Dann bin ich zufrieden. Dein Lieblingsbuch ist? Ich habe immer Filme geguckt. Ich habe selten gelesen. Selten gelesen. Das lustige Taschenbuch fand ich mal cool früher. Ich bin wirklich kein, kein Leser. Also, ich könnte jetzt kein Buch sagen, ähm, meine Frau ist eine, die liest echt viel, aber ich überhaupt nicht und, ähm, da kann ich dir keine Antwort drauf geben. Filme. Filme mag ich total gerne, aber nicht lesen. Dein Lieblingszitat ist? Oh Gott, Zitat. Man wird über den Jahreswechsel mit ganz vielen Zitaten konfrontiert. Hm, Zitate, Zitate. Ey, ich stelle mir die Frage zum Schluss nochmal, vielleicht werfen wir noch einen ein. Oder ein Zitat. In fünf Jahren werden Videos wesentlich wichtiger sein, als es jetzt der Fall ist. Ähm, gehe ich von aus. Ich merke, dass, äh, bei vielen Werbeagenturen und Webagenturen und so, ähm, das Thema, und auch bei den Fotografen das Thema Film immer wichtiger wird. Und ich denke, dass es einfach wesentlich präsenter sein wird, als es jetzt der Fall ist. Das Internet, äh, ist wesentlich breiter nachher, denke ich, und schneller. Und das Thema Video wird, ähm, wesentlich wichtiger werden, denke ich. Dein Vorbild ist? Auf die Filmerei bezogen. Ich habe kein, ein spezielles Vorbild. Ich, wie gesagt, ich gebe, es gibt wahnsinnig viele gute Videografen. Da gucke ich mir wahnsinnig viel ab und versuche viel zu lernen. Ähm, das eine Vorbild habe ich nicht. Ähm, wie gesagt, ich gucke mir aber ganz viel, ganz viel ab. Es sind zu viele. Ich habe kein ein Vorbild. Dann nennen wir auch mal so ein paar Vorbilder, wenn du nicht einen hast. Ähm, in dem Moment geht die Kamera aus. Warte. Das ist auch wieder ein Erfahrungswert mehr. Ich weiß auch nicht, warum die Kamera hier, ähm, Vorbilder. Gut, ähm, du erwischt mich auch heute Morgen auf dem falschen Füße. Ähm, ich filmt, ich hoffe, du sprichst richtig, Alper Thun, Alper Thun, ähm, weißt du, wen ich meine? Gut, sag mal mal, wie er ausgesprochen wird. Weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Ich werde ihn aber auch noch mal zum Podcast einladen, wahrscheinlich, ja. Gut. Und dann frage ich ihn, wie er richtig heißt. Sehr gut. Dann werde ich mir das anhören. Ähm, das ist natürlich zum Beispiel Arbeit, äh, was ich sagte, das finde ich total gut, ähm, total kreativ, der traut sich eine ganze Menge zu, aber, pff, stand jetzt passt das gar nicht zu mir. so, ne? Ich bin, wie gesagt, da bin ich, glaube ich, zu nordisch, zu einfach, zu, äh, entspannt, sag ich mal. Äh, das ist mir zu verrückt und wild, aber ich finde es wahnsinnig toll. Ähm, es, die Paare sind, glaube ich, mega zufrieden, äh, aber es ist nicht meins. Von Christian finde ich die Arbeit auch total gut, fähig hier, ne? Ähm, aber auch, wie gesagt, oft, ähm, nicht das, was ich machen würde, weil es auch, glaube ich, nicht die Paare sind, die ich oft habe, aber die, na, die beiden jetzt zum Beispiel, das ist das, was mir als erstes so einschießt. Ähm, die andere Dame, die kommt aus dem Ruhrpott, da fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, äh, gleich griechischer Name gewesen, fällt mir jetzt nicht ein, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, die Arbeit gefällt mir auch sehr gut, die arbeitet mit vier Leuten zusammen, also die arbeiten mal zu zweit, mal zu dritt, mal arbeitet sie alleine, aber die Arbeit finde ich auch sehr, sehr gut, aber so, das sind die drei, die mir als erstes einfallen, ähm, wo ich sage, die machen Arbeit, aber es ist meistens wirklich Arbeit, die ich nicht machen würde, aber es gibt immer so kleine Sachen, die schaue ich mir ab, ähm, ob das Kamerafahrten sind oder irgendwelche Farbgebungen oder so, Ähm, Christian, vielleicht zum Beispiel, das ist ja, bisschen, bisschen dunkler als das, was ich machen würde, jetzt zum Beispiel im Bild, Aber ich finde es echt schön, aber würde nicht zu mir passen, jetzt zum Beispiel, ähm, ja, Was ich sehr schön finde, André, dass du sagst, du hast jetzt nur Deutsche genannt, du hast gesagt, die eine hat zwei griechische Namen, weil die meisten sind immer amerikanischer Videografen, dass die immer sagen, den und den und den finde ich gut, weil, das Problem ist, dass die deutschen Videografen nicht so gut vertreten sind, in Deutschland, oder auf dem deutschsprachigen Raum, was ich so feststelle, Ja, ich finde das nicht, äh, so relevant, ähm, natürlich, ob ich jetzt, wie heißt der, Craig Adams, oder Craig Adams, glaube ich hier, Wedding Film School, oder, who is Matt Johnson hier, ähm, die machen alle tolle Filme, so irgendwie keine Frage, aber, ähm, hm, das Bildmaterial, was ich dort vor die Kamera kriege, kannst du schon mal nicht mit dem vergleichen, was du hier kriegst, dadurch sieht das alles schon mal irgendwie ein bisschen anders aus, finde ich, ähm, und, äh, die sind in anderen Sphären, irgendwie, das würde ich nicht vergleichen, äh, mit dem, was hier passiert, so, ähm, viel Commerz, ist aber auch okay, ich finde, äh, Matt Johnson jetzt zum Beispiel, glaube ich, heißt der ja auch, ne, der ist sehr authentisch, und ich finde das toll, so was er macht, aber, das ist jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde, wenn du mich nach einem, nach Vorbildern fragst, oder so, Vorbilder ist auch mal, sehr, sehr, sehr großes Wort, finde ich, äh, ja, finde ich, sehr cool, also machen wir, wir sind ja eigentlich bei der Schnellfragerunde, kommen wir nochmal zu, du hast die Frage zurückgestellt, dein Lieblingszitat, ist dir eins eingefallen? Ah, nein. Wenn nicht, dann hauen wir es unten in die Beschreibung, ist kein Problem. Genau. Jetzt schreibst du einfach nochmal nachschreiben. Schreibe ich den auch, schreibe ich den auch. okay. Wie kann man dich denn erreichen, deine, deine Webseite, deine E-Mail-Adresse? Meine Webseite ist www.yourfilms.de ähm, und meine E-Mail-Adresse ist info.yourfilms.de Ja, so erreicht man mich. Ich habe bei Vimeo ein paar Filmchen, bei YouTube ein paar Filmchen, ähm, auf der Webseite natürlich das Portfolio, ähm, obwohl die Webseite wird jetzt im Januar aktuell gerade komplett umgeworfen, ähm, das ist auch so ein Prozess, den man macht irgendwie, man lernt ja viel dazu, meine Seite ist lediglich Portfolio-Seite, aber Google-technisch ist das ganz, ganz schlecht, und deswegen wird die komplett irgendwie umgeworfen, ähm, und auch wieder weiterentwickelt sozusagen, dann hoffentlich ist sie auch für mehr Leute zu erreichen, ja. Ja, cool, da freue ich mich, bin mal gespannt, ich schaue natürlich selber drauf, gucke mir das mal an, wenn es fertig ist, und, äh, die Domain bleibt ja wahrscheinlich, oder? Your Films? Ja, ja, das bleibt, das bleibt, ja. Okay, cool, ja, dann werde ich das unten alles verlinken, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du da raushauen möchtest? Du, ähm, ich bin ja nicht der große Redner, und auch nicht gerne vor der Kamera, deswegen bin ich froh, wenn wir das auch abschließen, ich bin wirklich, okay, alles klar, würde dir die Länge aus. Ja, super. Hat mir Spaß gemacht, hat mir Spaß gemacht, ist auch mal wieder ein Erfahrungswert mehr, ähm, wie man sowas macht, und wie sowas abläuft, Christian Fehrig zum Beispiel, der ist ja auch total der Podcaster, habe ich mitgekriegt, der macht ja schon, äh, sowas sehr, sehr lange, ähm, ist aber auch ein ganz anderer Typ als ich, glaube ich, ähm, trotzdem, ähm, wieder eine Erfahrung mehr, hat Spaß gemacht. Ja, doch, warst auch ein ganz sympathischer, auch bist ein ganz sympathischer Typ, von daher, macht er da keinen Kopf, das ist schon, kommt schon cool rüber, also, genau, ja, cool, vielen, vielen Dank, ich danke dir, und dann, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare, ich würde mich riesig freuen, André wird wahrscheinlich dann auch dazu was beantworten können, was noch so gerade für Einsteiger wichtig ist, was man unbedingt beachten sollte, weil er ist gerade noch so in der Startphase, sage ich jetzt mal so, böse gesagt, also eigentlich lieb gemeint, aber dass man einfach so, wenn man gerade am Anfang ist, ein Problemchen und ich glaube, da kann André euch dann auch weiterhelfen oder dir dann weiterhelfen und, ja, ich würde mich freuen, wenn er was dazu schreibt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ihr kennt das ja, ich kann die ganzen Sprüche auch noch nicht so gut, ich stehe nämlich auch noch nicht so lange vor der Kamera, ich habe einfach mal angefangen, weil es dann hieß, ja, macht das doch mal und, ja, gut, so ist es jetzt, so ist es da halt jetzt zugekommen und, ja, ich danke dir ganz recht herzlich und wünsche dir noch ein ganz wunderschönes Jahr 2019. Ja, gleichfalls. Ja, gleichfalls.